Westheimer Weizen Aus der Gräflich zu Stolbergschen Brauerei Westheim in Narsberg, die als traditionelle Privatbrauerei stolz ist auf ihre Produkte. Ob Premium Pilsener, Westheimer Weizen oder die dunkle Bierspezialität Graf Stolberg, benannt nach dem Urgroßvater des heutigen Eigentümers. Tradition verpflichtet Unter der Leitung von Josef Freiherr von Twickel wird hier Brauqualität aktiv und erfolgreich gelebt. Nur beste Zutaten aus renommierten Anbaugebieten werden für die Westheimer Biere verwendet. Auf dem weitläufigen Brauereianwesen finden sich drei Quellen, die in besonderer Weise für den einzigartigen und mehrfach prämierten Geschmack verantwortlich sind. Die moderne und offene Gestaltung des Sudhauses entspricht dem Selbstverständnis der Brauerei. Hier werden die Zutaten in den mächtigen Pfannen erhitzt, bis die Würze entsteht. Der dabei anfallende Trieber wird umweltbewusst in der umliegenden Landwirtschaft verwendet. Zukunft verpflichtet Die Brauerei Westheim ist ein gefragter und qualifizierter Ausbildungsbetrieb. Transparenz verpflichtet Ob in der Ausbildung oder bei einer Brauereibesichtigung. Die Hefe lebt und ernährt sich von dem Malzzucker. Untergärige Biere sind deshalb etwas feinwürziger, während obergärige Biere in der Regel etwas fruchtiger schmecken. So gut, unsere Pfanne spinselt über 10%. Reinheit verpflichtet Ob im Sudhaus oder bei der Kühlung und Weiterleitung der Würze zu den Gärtanks im beeindruckenden Keller der Brauerei. Hefekulturen aus eigener Rheinzucht entwickeln bei der Gärung den Alkohol sowie natürliche Kohlensäure. Und dabei steht immer der Mensch mit seinen prüfenden Sinnen im Vordergrund. Nach der langen kontrollierten Reifung werden die Westheimer Biere je nach Sorte naturtrüb belassen oder kristallklar gefiltert. Nun geht es an die Abfüllung. Zuvor wurde das Leergut sorgfältig geprüft und in der automatischen Flaschenwaschmaschine gründlich gereinigt. Ein Flascheninspektor sorgt mittels Hochfrequenz und Infrarottechnik dafür, dass nur einwandfreie Flaschen verwendet werden. Erst wenn alles perfekt ist, gelangen die Flaschen zur Füllstation. Ebenso schonend wie präzise erfolgt hier die Befüllung und der sofortige Verschluss des frischen Biergenusses. Was so gut schmeckt, darf auch ruhig gut aussehen. In der sich anschließenden Etikettierung erhalten die Westheimer Biere ihr charakteristisches und unverwechselbares Aussehen, bevor die Hochzeit mit den ebenfalls frisch gereinigten Bierkisten erfolgt. Von hier aus geht es schonend transportiert in den kühlen Dispositionsbereich. Immer wieder werden Stichproben aus der laufenden Produktion entnommen, um eine gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellen. Dies gilt auch für den Bereich der Fassabfüllung, in welchem die Arbeitsabläufe ganz ähnlich sind. Nach gründlicher Reinigung wird hier frisches Westheimer für Feste und Gastronomie abgefüllt. Qualität verpflichtet Von jeder Charge werden Proben zur Rückverfolgung aufbewahrt und permanent geprüft. Dieses Qualitätsverständnis und die Innovationsfähigkeit des Familienunternehmens haben die Westheimer Biere zu einer festen Größe auf dem regionalen Markt gemacht. Wir als mittelständische Brauer setzen uns ein für eine Biervielfalt. Wir selber haben auch verschiedenste Biere in unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen. Unter anderem das prickelnd frische Westheimer Weizen mit einem sehr fruchtigen Aroma. Liebe zum Produkt und Nähe zum Kunden sind die Erfolgsgaranten der Privatbrauerei. Hier in der Brauerei Westheim wird nicht nur richtig gutes Bier gebraut, sie wird auch richtig kräftig gefeiert. Und dies geschieht jedes Jahr mit den Freunden der Westheimer Biere beim Brauereifest. Ich darf Sie ganz herzlich hier zu unserem diesjährigen Brauereifest begrüßen. Dabei ist der Fassanstich nur einer der gebotenen Höhepunkte. Hier sind alle dabei, um mit den örtlichen Vereinen, einem schmackhaften Bier, Spielen und Showeinlagen für Groß und Klein einen ganz besonderen Tag mit vielen Genüssen im Hause ihrer Brauerei Westheim zu feiern. Genuss verpflichtet Besonders wenn einer der wenigen Biersommeliers Deutschlands ein Abendessen begleitet. Moritz von Twickel Hat Ihnen die Vorspeise geschmeckt? Sehr gut. Als Hauptgericht haben Sie ein mediterranes Seezungenfilet auf Pesto Risotto gebeten. Dazu würde ich Ihnen ein edles, schlankes Getränk empfehlen. Ich empfehle Ihnen das Westheimer Premium Pilsi. So trägt Westheimer Bier dazu bei, Außergewöhnliches unvergesslich zu machen. Edel verpflichtet Dem Produkt, den Menschen, der Region. Wir sehen uns bald wieder bei, Außergewöhnliches unvergesslich zu machen. Wir sehen uns bald wieder bei, Außergewöhnliches unvergesslich zu machen. Wir sehen uns bald wieder beim Barcelona. Wir sehen uns bald wieder bei, Außergewöhnliches unvergesslich zu machen. in der Natur auch ein Problem. Dass wir uns bald wieder beim Eichnen-Dietern vlangen. Erleichter Amst